www.pizza.de Also liebe Leute, heute sind wir wieder im Ristorante Castello in der Höll. Und ich habe mir jetzt mal eine Pizza-Mahre bestellt. Die Renate, was hast du bestellt? Zweimal Pizza Speziale. Und jetzt haben wir es einmal rein. Ich habe einen Bombenhunger. Und es ist ja wunderschön hier im Garten zu sitzen. Also das ist wirklich eine schöne Art. So, ein Bier haben wir uns auch schon bestellt. Natürlich alkoholfrei. Da wachsen die Zitronen. So, das hält sich jetzt die Pizza-Mahre. Sieht die nicht gut aus? Ja, die schaut auch gut aus. Pizza Speziale. Ja, zweimal. Zweimal. Also, greift zu. Die Schlacht ist eröffnet. Ihr könnt ja, ihr dürft essen. Also Leute, die schmeckt für echt gute Pizza. Der Teich, genau wie er sein muss. Und da kann man überhaupt nichts Negatives haben. Und der schmeckt, wie gesagt. Also, ich muss weiter essen, muss weiter essen. Ein bisschen kalt. Und, wie haben Sie geschmeckt? Ja, gut, haben Sie geschmeckt. Das ist ja ganz schön, was davon. Grüß Dede. Warte noch. Warte noch. Warte gut geschmeckt, oder? Jetzt haben wir die Pizza vernichtet. Und jetzt werden wir weitermachen. Und die Hölmann auflaufen. Da kann man nämlich auch schön laufen auf die Höl. Durch die hellen Hölmann durch. Und dann werden wir wieder heimgehen und mal ein Couching machen. Bei einem extremen Couching. Du musst die Höln laufen, oder? Ja, da machen wir. Also, gut, unsere Hölnde warten schon ab uns.